Guten Morgen Stefan. Maschine, guten Morgen, Mann. Wir haben heute eine krasse Mission vor uns. Erzähl. Der Fabio Schäfer hat mich dazu gebracht, dass wir einen 90-Kilometer-Marathon mitmachen. Und jetzt laufen wir mit den Hunden und dann fahren wir schnurstracks in den Hundslöck und dann geht's los. Was denkst du, in wie vielen Minuten du den 90-Kilometer-Marathon packst? Boah, ich denke 5-6 Stunden. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Zeitangabe, keine Referenz, wie lange man für sowas benötigt. 5-6 Stunden? Schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall zerstört sein danach. Stefan, wirst du den 90-Kilometer-Marathon mit leerem Magen bestreiten, oder? Ich werde danach richtig viel essen. Erst Marathon, dann fressen. Wo sind wir? Wir sind im schönen Hundslöck. Wir warten auf Fabio Schäfer, der ist wie immer zu spät, Mann. Eigentlich bin ich immer zu spät, aber Fabio Schäfer ist auch immer zu spät. Wir betteln uns, wer am spätesten ist meistens. Und ja, genau, wir müssen jetzt das Fahrrad ready machen. In einer Stunde 15 geht's los. Erstmal brauchen wir gute Musik. Ich liebe es. Das ist das wunderschöne Jake Hill, was ich hab. Es ist ein sehr altes Mountainbike. Natürlich fahren hier alle mit 29 Zoll, ich hab hier 26,5 Zoll. Das heißt, es wird auf jeden Fall sehr anstrengend. Wir sind ja auch nicht hier, um zu gewinnen, sondern wir wollen ja einfach nur diese 90 Kilometer in der guten Zeit für uns absolvieren. Ich glaub, das letzte Mal, wo ich auf Competition Fahrrad gefahren bin, war mein Triathlon, mein letzter Triathlon. 180 Kilometer Fahrradfahren. Natürlich in Kombination mit Schwimmen und Laufen war 2004. Hast du dich da auch vorbereitet irgendwie oder einfach? Nee, ich hab keine Vorbereitung gehabt. Ja, ich hab viele Kniebeutel gemacht. Denkst du, Fabio wird aus Solidarität neben dir fahren oder wird er dich abziehen? Fabio ist auf jeden Fall schneller als ich. Ich versuch einfach, mich an Fabio zu halten. Vielleicht schaff ich das. Denkst du, dass die Pizzahose einen Unterschied machen wird? Ja, die haben beide natürlich die Pizzahose an. Das ist Team Pizza hier. Das ist auf jeden Fall etwas, was nochmal fünf bis zehn Prozent bringen kann. Heute müssen wir natürlich ein bisschen Kohlenhydrate laden. Das heißt, wir werden heute deutlich früher essen. Beerenzart, Dinkel, ungesüßt. Wie mal Auge läuft, ne? Ja, Mann. Ich seh's. Genau aufgemessen. Die sind 500 Gramm drin und was ich jetzt hier reingemacht hab, sind 263 Gramm. Dann noch ein bisschen Apfelmus hinterher und dann passt die Geschichte. Wie viel Gramm waren das jetzt? Keine Ahnung. Das kann ich dir sagen, wenn ich es gegessen hab. Und? Exzellent. Stefan, du hast ja einen Kreuzbandriss, ne? Wir haben uns ja selbst rehabilitiert, aber ich hab keine Kreuzbänder mehr links, ja. Denkst du, du wirst das spülen beim Fahrradfahren heute? Nee. Mach dir keine Gedanken um mich. Beim Knie geht's gut. Ich mach viel komplexere Bewegungen als Fahrradfahren, die sehr gut funktionieren. Das heißt, es wird keine Probleme gegeben. Stefan, ich hätte dir auch zugetraut, dass du deine Crocs benutzt wirst für heute. Hätte ich mir auch zugetraut, aber ich hab da leider keine Clicker dran. Wir sind bereits noch sieben Minuten bis zum Start. Sechs Minuten. Sechs Minuten ist alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Ich hab meine Sonnenbrille vergessen, ich hab keine Sonnencreme drauf. Du hast Sonnencreme drauf, sehe ich, du bist Smart. Ich bin sowas von Alman heute Morgen gewesen und dann ist alles ausgeeilt. Auf Zeichnung noch nicht gestartet. Okay, jetzt geht's los, komm. Keine Ahnung, wie viele Fahrradrennen gefahren. Ich glaub, mein erstes Rennen war 99. Da war ich 12? Ja, ich war 11, glaub ich. Nee, gar nicht, ich bin ja älter als du. Fabio? Ja. Denkst du, Stefan kann mithalten? Ja, Stefan ist Maschine. Ich schaff das schon irgendwie. Ich werd auf jeden Fall absolvieren. Wir werden Hand in Hand dem Ziel einfahren. Außerdem hat er einen Platten, der wird auf jeden Fall zurückgelassen. Eins, start! Das ist das geilste Outfit auf jeden Fall. Danke dir. Und wie fühlt sich dein erster Mountainbike-Marathon an? Sehr gut. Der Sattel ist echt viel zu niedrig. Ist maximal ausgefahren, ne? Krass. Ja, viel zu klein auf jeden Fall. Krass. Du nutzt eigentlich nur 50 Prozent von deinen Beinen. Ich weiß. Krass. Das ist der Stefan Pütz. Wie schlägt er sich? Er schlägt sich gut im Schwätzen mit mir. Ja, man schwätzt den ganzen Tag. Die schnellsten sind ja so in 3 Stunden 45, glaube ich, da. Doppelte Zeit, 6 Stunden insgesamt vielleicht. Ich glaube eher so 8 Stunden. Ja? Ja? So weitermachen, 8 Stunden. Ja, so weitermachen. Kann sein. Schlagen die sich gut, die letzten zwei? Ja, ja. Super, ne? Heute Abend sind ganz leilig. Hinter uns versucht sich dauernd der Quadfahrer anzuschleichen. Den hört man dauernd und dann immer so die Ernüchterung an. Ne, da sind sie wieder. Ich muss wieder anhalten. Guck mal Stefan, das da vorne lädt zum Verweilen ein. Ich nehm gerne auch Wasser. Vielen lieben Dank. Bananenriegel. Dankeschön. Aber auch. Da waren die einfach, die Paparazzis. Dankeschön, Dankeschön. Es hat sich rumgesprochen, dass wir noch Support brauchen, um überhaupt ins Ziel zu kommen. Ja. Endlich geht's hier bergauf. Alter. Nein, scheiße. Sorry, alter Fuck. Scheiße, ich hab vergessen, dass du Klickpedale drin hast. Malerisch schön hier, ne? Mit dem Bach. Wunderschöner Flusslauf zum Eisbaden. Aber wir hatten leider keine Zeit, weil wir sind schon die Letzten. Das ist so krass, wie wenig Kripp man mit so viel Bar in den Reifen hat. Und? Eine Stufe. Merci. Viel Spaß Stefan. Danke dir. Hey, diese Abfahrt war auf jeden Fall steil. Es geht bergab. Ich trinke Cola. Es ist Pizza hier. Es ist Pizza da. Cola hier. Das Fahrrad ist ein bisschen klein, aber sonst geht's mir gut. Was macht Fabio? Ich weiß nicht, was Fabio macht. Auf mich warten meistens. Ich verspüre aktuell so ein kleines Hüngerchen. Da freue ich mich auf die nächste Station, falls sie nicht schon abgebaut wurde. Wenn wir ins Ziel kommen, ist alles abgebaut. Du siehst gar nicht mehr, dass da jemals ein Fahrradrennen war. Es ist keine Person mehr da. Es ist einfach eine Person, die den Friedhof vielleicht besucht und das war's. Wir kommen echt gut durch, muss ich echt sagen. Ich hatte so einen kurzen Einbruch, aber dann habe ich mal wirklich gegen alle Grundsätze, eigentlich habe ich gegen das Grundgesetz verstoßen. Ich habe nämlich Cola getrunken. Nein, Mann. Sehr gut. Der Körper ist mindestens so alt wie das Feuer. Stefan, ist das hinten am Hinterrad normal oder hast du einen Platten? Krass. So war der nicht bei Beginn. Aber es ist egal. Es geht schon. Die paar Kilometer machen wir jetzt noch. Ja, Platter hinten plus Wertungsschluss. Das ist eine Frechheit. Unsere Leistung war zu schwach einfach, dass wir in die Wertung einziehen konnten. Stefan, guck mal, was wir extra für dich haben. Geil, was ist das? Geil, Alter. Brutal, Mann. Das ist ja brutal, Alter. Geil, Mann. Das fresse ich direkt ohne nichts. Von der Eisdiele geklärt. Wir laufen seit drei Kilometer. Ich habe einen Platten. Stefan hat einen Platten, den aber schon irgendwie seit sehr vielen Kilometern. Ach, die warten auf uns. Ey, wir müssen gerade weiter. 20 Kilometer fehlen noch. Geil, Mann. Danke euch, dass ihr gewartet habt. Ich hole mal die Luftpumpe, dann machen wir wenigstens nochmal zwei Bar rein. Okay, geil. Danke dir. Bisschen besser noch. Also Stefan, willst du jetzt durchziehen? Wir müssen. Dann könnte ich einfach aufhören. Stefan ist nach dem Aufpumpen mittlerweile wieder richtig platt. Ist kurz vor der Felge. Ja, und wir haben noch sieben Kilometer. Der Spaß schwindet. Wie kann das denn sein? Ja, ich weiß nicht. Das fackt auf jeden Fall übertrieben ab, Alter. Sollen wir Räder tauschen? So, der Sattel wird da im... So, Maschine. Wir haben es geschafft. Wir hätten einfach das Ziel abgebaut. Geil. Also es war echt krass. Also okay war das nicht. Stefan saß die ganze Zeit wie ein Affe auf dem Schleifstein. Hinten der Platten. Affe auf Bike. Affe auf Bike. Affe auf Bike. Grüße gehen raus. Es war halt wirklich meine Beinlänge. Ich habe meine Beine nie ausgestreckt. Hinten hier Feierabend. Das war einfach wie so eine Drifting-Challenge. Ich war jedes Mal so, okay, geht es diesmal gut, wenn ich mit der Geschwindigkeit jetzt dadurch diese Kurve bretter und... Wie lange haben wir gebraucht? Neuneinhalb Stunden? Ja, neuneinhalb Stunden. So, ich möchte mich wirklich bei Fabi bedanken, denn er hatte diese schwachsinnige Idee, heute bei diesem ganzen Ding mitzumachen. Ich habe einfach nur gehört, es ist ein Marathon. Marathon hört sich immer gut an, es hört sich nach Herausforderungen an. Und ja, ich habe Partei genommen und es hat jede Menge Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich bin dankbar für diese Erfahrung. Vielen lieben Dank, lieber Fabius Schäfer. Ich danke dir, Stephanus. Es hat so Spaß gemacht, alter Geilmann. Auch wenn viel Scheiße passiert ist, aber es hat Bock gemacht. Definitiv, eine Erinnerung, ein weiterer Meilenstein in meinem Gedächtnis. So, jetzt fahren wir nach Hause und ich werde erstmal die Seehundposition für vier Stunden einnehmen, damit ich alles, was verkürzt ist, durch diese komische Fahrradposition, wieder in die normale Position kommt. Und ich werde wieder ein Eisbad machen und Saft saufen. Logischerweise gibt es jetzt erstmal frisch gepressten Saft, Zytonährstoffe und Vitamine. Nach dieser anspruchsvollen Leistung, die wir heute abgerufen haben, holt das Beste aus euren hochwertigen Zutaten raus, weil es eine langsam drehende Schnecke ist. Das heißt, keine Hitzeentwicklung. Ihr habt hier oben ein Staubenselleriefach und ein Karottenfach, sodass ihr nichts mehr schneiden müsst. Das macht ein Safter für euch mit dem Code T810%. Und dazu nehme ich Ashwagandha. Ashwagandha wirkt sich positiv auf das Cortisol-Level aus, reduziert das Stresshormon und hat einen direkten Einfluss auf den Testosteronspiegel. Mit dem Code T8100 gibt es mindestens 10% bei ESM. Cheers! Oh, Endstufe, man. Einfach nur gut, man. Genau das habe ich gebraucht. Das hätte es an jeder Station als Verpflegung geben müssen. In den Safter mit Staubensellerie, Karotte, Kurkuma und Apfel. Dann wäre ich glücklich gewesen. Aber ich war auch so glücklich. Bis zum nächsten Vlog.